Schlüssel zur Bar. Okay. Anderer Satz. Karte. Das heißt, ich muss noch hier... Ich könnte noch hier unten... Das heißt, ich muss hier hin? Ist hier... Noch einer. Ja. Auf keinen Platz. Aha. Das ist nämlich... Das ist nämlich... Was ist das? Ah! Eine Dose! Gut, dass ich diesen Dosenöffner gefunden habe! Fuck nicht. Ah! Was? Natürlich! Sind eure Glühbirnen nicht in Dosen? Was ist das hier? Psst! Ist das okay? Ah! Machst du sie auch an? Ah, okay. War's das? Lass mal sehen. Das sieht so aus. Okay. Ich hole meine Sachen. Was habe ich jetzt für ein... Was habe ich für einen Schlüssel bekommen? Ich habe gar keinen Schlüssel bekommen. Ich dachte, ich hätte einen Schlüssel bekommen. Egal. Egal. Äh. Gut, dass ich hier aufgeräumt habe. Äh. Ich muss nach oben. Ähm. Mir fehlt noch eine Spindose. Jetzt sind hier Monster, oder? Ah! Wo ist das? Bastarde! Gib mir mein Zeug zurück. Und jetzt gibt es Rache! Was? Nein! Meine Rache! Verdammt! Verdammt! Aber jetzt mal... Was mache ich jetzt? Ähm. Nein. Ich habe noch die Batterie, oder? Ah, ein Verdünner. Verdünner. Ähm. Schhhhhh! Warte! 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 um das ist nicht irgendwo verwendet ist das ja ich dachte es mir ja dass ich irgendwo diesen dämlichen verdünner benutzen muss Ich wusste, das war irgendwas mit O. Ich wusste, das war irgendwas mit O. Danke. Gott. Entschuldigung, ich musste kurz mal rausbauen. Okay, damit haben wir alle Spieldosen. Die setzen wir jetzt ein und dann geht, glaube ich, das Tor auf. Ich kann euch gleich hier lang gehen. Ah, Platz der Prinzessin, die um Mitternacht flow. Das ist ein Aschputtel. Ich weiß eigentlich nicht, ob durch die richtig gesetzt war. Nimm die mal. Was steht hier nochmal? Platz der Prinzessin, die vom Tod erwachte. Das ist... Schneewittchen. Was ist das hier? Was ist das denn, die kein Wort sprach? Nein. Das hat nach überhaupt nichts geklungen. Aus irgendeinem Grund habe ich keinen Sound. Hm. Ich meine, ich habe noch Sound. Das war komisch. Was habe ich für einen Schuss bekommen? Bitte, ich habe drei wenige, aber das passt. Okay, aber ich werde hier speichern. Für den Fall, dass wir wirklich keinen Sound mehr haben, aus irgendeinem Grund. Werde ich kurz neu starten, einen Moment. Okay, da sind wir wieder. Hoffentlich funktioniert mein Sound jetzt. Okay. Sind die Monster? Da ist er aber. Oh. Bin ich da schon rein? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich muss ich rein. Jupp, ich muss rein. Okay. Gut, Zimmer 312. Mal sehen. Ich habe eine Waffe. Oh, und das ist enttäuschend. Okay. Sonst geht es auch. Ich denke, ich sehe eine Schneegestöbe. Wir haben ja, die Kassette. Verwenden wir die mal. Was kann schon Schlimmes drauf sein? Verwenden wir die Kassetten. Verwenden wir die Kassette. Komm her. Komm her. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es hier. Es ist so ruhig. Sie wissen, was ich habe gehört? Der ganze Ort war ein sacredes Ort. Ich denke, ich kann verstehen warum. Es ist zu schlecht, dass wir uns zu verlassen. Bitte, ich versuche, dass du mich wiederholst, James. Ich bin glücklich und hab, dass du mich wiederholst. Ich bin glücklich und bin glücklich, dass du mich wiederholst. Aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Nun, James, was jetzt? Nun, James, was jetzt? Mary. So, there you are, James. Did you get the letter? Did you find Mary? If not, let's get going already, okay? Laura. Mary's gone. She's dead. Liar! That's a lie! No. That's not true. She... She died because she was sick? No. I killed her. You killed her! Why'd you do it? I hate you! I want her back! Give her back to me! I knew it! You didn't care about her! I hate you, James! I hate you! I hate you! I hate you! She was always waiting for you! Why? Why? I'm sorry. Mary. The Mary you know isn't here. Laura. I'm sorry. We hope so. Ay deck. How are you? Hey, how are you? I'm waiting for you. I think that it's... What is crazy? Ooh you can't see anything soon. consciousness. Ja, ich komm ja schon. Ja, und das ist nicht gut. Ist hier jetzt irgendwas... Oh, ein Speichelpunkt. Hm, ich sollte speichern. Das ist kein Speichelpunkt! Okay, gehen wir runter. Nöp. Das ist ja echt lang. Ist hier was Neues? Ah! Es ist Ihr Job, die Leute zu heilen. Wie können Sie einfach nur sie sterben? Bitte, calm down. Als ihr Doktor, ich versuche, dass ich was ich kann kann. Aber es ist noch keine effektive Behandlung für ihre Kondition. Wie lange hat sie das? Ich glaube, ich bin nicht sicher. Three Jahre am meisten. Vielleicht sechs Monate. Es ist unmöglich zu sagen mit Sicherheit. Oh, ja. Sehr... Sehr düstert. Mal sehen, ob hier noch was ist. 207? Hab ich die nicht gecheckt? Oder... Aha. Ist? Okay. Das ist neu. Was ist, wenn ich hier reingehe? Verdammt, Spiel! Was ist, wenn ich hier reingehe? Verdammt, hier? Wow! Nein, ich geh wieder zurück. Verdammt! Was? 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 Ich kann das ewig machen. Okay, gehen wir weiter. Ich sehe irgendwas. Wo sind wir eigentlich? Was ist, wenn ich hier... ... 216? War das 216? War das 216? Ja. Was ist 212? Ah! Inception! Ich frage mich, ob ich da rein muss, um... Hier sieht sie aus. Aha! Ist das hier was? Ja, hier ist noch alles zu sein. Was ist das mit dem Aufzug? Bing? Bing! Ah... Ich schätze runter. Runter ist immer eine gute Annahme in Silent Hill. Oh shit! Oh shit! Wo bin ich? Oh shit! Äh... Hier rein! Was hab ich mit meinem Licht? Wirklich! Wirklich Spiel! Okay! Oh Junge, ihr gebt mir viele Gesundheitsdrinks. Das ist kein gutes Zeichen. Oh Gott! Das ist kein gutes Zeichen. Oh und ein Erste-Hilfe-Kasten. Das ist nicht gut. Nicht gut! Wo muss ich lang? Ich muss zur Treppe. Das heißt geradeaus links und dann geradeaus und dann die letzte Tür rechts. Was ist hier noch? Das ist nicht gut. Ihr gebt mir viel Zeug. Wieso so viel Zeug? Falsche Richtung! Ah! Bye! Oh! Hi Angela! Alles klar? Mama? 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 Mama! I was looking for you! Now you're the only one left! Maybe then... Maybe then I can rest. Mama! Why are you running away? Hey! You're not my mama! It's... It's you! Oh... I... I'm sorry. Angela, no! Thank you for saving me. But... I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela. That's wrong. No! Don't pity me. I'm not worth it. I'm not worth it. Or maybe... You think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? Heal all my pain? Hmph. That's what I thought. James... Give me back that knife. No... I... I won't. Saving it for yourself? Me? No. I'd never kill myself. It's hot as hell in here. You see it too. For me... It's... Always like this. ... ... Anjos Geschichte war immer am traurigsten, finde ich. Okay. Oh, Junge! Das wird irgendwie immer schlimmer. Was alle muss ich eigentlich? Nein. Ah! Ah! Gegner! Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! Bye! Ah, was? Ups! Wow! Okay. Das ist eine ziemlich offensichtliche Tür. Die offensichtliche Tür des Offensichtlichen. Gehen wir rein. Oh, Junge! Oh, Junge! Ah! Ah! Oh, das wird wehtun! Ah! James! Komm schon! Das ist das dritte Mal, dass du hier gestorben bist! Ich glaube, schon solltest du es besser wissen! Was ist das? Ich bin schwer. Das ist das Grund. Das ist das Grund, dass ich dich brauchen. Ich habe jemanden für mich verletzt. Ich habe mich für meine Schmerzen. Ich habe schon noch gewonnen. Ich weiß die Wahrheit. Das ist das Zeit. Wir beenden das mit Kugeln! Aufpassen! Oh Gott, wow! Ich sag nicht mal so langsam eigentlich. Ihr macht ganz schön viel Schaden. Im Grunde genommen müsst ihr eh nur einen... Oh Gott, au, das wird wehtun. Nein, nicht jetzt! Idiot. Ich hab genug Heile, Tränke. So. Du, 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 du! Au! Das hat echt nicht mal so langsam. Gott nach, James. Au, 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 au! Ihr seid wirklich schnell! Im Dampolder, wieso nicht? Okay, aber viel sollten sie ihn nicht mehr aushalten. Au! Ich sollte im Menü nachladen. Oh! Oh! Wo, 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 wo? Mann, jetzt sollte ich aber schon langsam durch sein mit euch. Wie viel Munition habe ich noch? Geh mal auf die Schrubbschritte. Echt gut. Oh, komm schon. Muss ich wirklich meine gesamte Gesundheit aufbrauchen? Meine gesamten Gesundheitsteilchen? Energydrinks oder was weiß ich? Ich muss doch langsam den Gast aufgeben. Ah, jetzt geben sie den Gast auf. Sie bringen sich selbst rum. Praktisch. Pyramidenkampf wird sich nicht mehr bewegen. Es scheint etwas zu halten. Ich habe ein rostzäubendes Ei. Hast du auch was? Schallachrotes Ei. Hurra! Das ist ja noch eine Vertiefung. Benutz das Ei. Block. Benutz das andere Ei. Block. Und ich werde jetzt ein riesengroßes Arschloch sein und einen Cliffhanger machen. Also gut. Ich bin deine Mitchell Foss. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.